Wieso spritzen sich hier alle mit Wasserpistolen, Eimern und Schläuchen nass? Veranstalten die einen nationalen Wet-T-Shirt-Contest, einen großen Frühjahrsputz oder feiern sie? Die Antwort ist C. Hier wird gefeiert. 98 Tage nach Ostern wird in Armenien mit Wasser gespritzt, geplätschert und geplatscht. Es ist Vartavar, eines der wichtigsten Feste des Landes. 98 Tage nach Ostern ist Juli. Das heißt, es ist heiß. Das ist auch gut so, denn im Winter sind es in Armenien gern mal minus 30 Grad. Im Sommer wird es bis zu 40 Grad heiß. Da kommen die Wasserduschen in Jerewan wie gerufen. Auch die Kleinen dürfen an diesem Tag die Wasserpistole laden und die Großen nass spritzen. Und das tun sie liebend gern. Eigentlich ist Vartavar ein heidnisches Fest zu Ehren der Göttin Askik. Die ist keine geringere als die Tochter des Schöpfergotts Aramast und der Göttermutter Anahit. Askik selbst ist als Göttin so eine Art Mädchen für alles. Göttin der Schönheit, der Liebe, der Fruchtbarkeit und des Wassers. Daher die Bewässerung. Im 4. Jahrhundert nach Christus wollte Gregor I. der Erleuchter das ganze Land konvertieren. Gregor war ein bedeutender Mann. Wegen seines Glaubens verbrachte er 13 Jahre in einer Höhle in Chorvirab, gegenüber dem Berg Ararat. Später wurde er der erste Katholikos, das Oberhaupt der armenischen Kirche. Und aus Vartavar macht er ein christliches Fest. Seitdem vermischen sich Heiden und Christentum und man holt zur Feier des Tages traditionelle Trachten aus dem Schrank. Gefeiert wird die Jugend und ganz allgemein die kulturelle Vielfalt des Landes, aber auch die Einheit eines Volkes, das heute auf 80 verschiedene Länder verstreut liegt. Aber mal ehrlich, ob Heide oder Christ, vom Wasser werden sowieso alle gleich nass. Untertitelung des ZDF für funk, 2017